Hallo bei Fine Voices. Mein Name ist Chris Nonnerst und ich bin zum Sprechen gekommen, indem ich eigentlich anfangs zugehört habe. Und zwar meiner Mutter. Als ich noch ganz klein war, da saß ich zusammen mit meinem Gefährten, dem Kasperl, und meinem Zwillingsbruder, der den Seppel an seiner Seite hatte, mit meiner Mutter auf dem Sofa. Und meistens hat sie uns Märchen vorgelesen oder andere Geschichten. Und das war immer eine wunderbare Stunde für mich. Und da habe ich angefangen, mich für Geschichten zu interessieren. Dann habe ich mich einige Jahre später dazu entschlossen, Theaterschauspielerin zu werden. Und bei meinem ersten Theaterengagement in München habe ich noch nicht so viel zu tun gehabt am Anfang und habe mich bei der Blindenhörbücherei beworben, um dort Bücher einzulesen. Und das war auch wirklich ein Erlebnis. Das war natürlich alles, das war in den 90er Jahren, es war alles ganz anders als heute. Keine Technik groß, es waren Tonbänder. Ich ging da ganz allein in so ein kleines Kabuff und neben mir war ein Tonband. Und ich habe dann auf Start gedrückt, wenn ich loslegte und selber auf Stopp, wenn ich aufhören wollte oder einen Fehler gemacht habe. Und das war meine erste Erfahrung damit, Bücher aufs Band zu lesen. Und die war sehr schön. Dann habe ich lange Zeit damit aufgehört. Und jetzt freue ich mich, zusammen mit meinem Kasperl bei Fine Voices zu sein. Viel Spaß!